Finden Sie das gruselig? Ein Weihnachtsmann, der Kindern die Schokolade weg isst? Wirklich gruselig ist, dass heutzutage Kinder unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Kakao-Industrie schuften müssen. Auf diese und weitere Missstände macht das entwicklungspolitische Incota-Netzwerk in europaweiten Aktionen aufmerksam. Seit Sommer 2013 fordert Incota mit der Kampagne Make Chocolate Fair Schokoladenunternehmen auf, mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in der Kakao-Produktion zu schaffen. Man kann auf gelabelte Schokolade zurückgreifen. Das ist der erste Schritt. Wir müssen alle handeln. Make Chocolate Fair.